ARD Text im Auftrag von Funk 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 Nö So... Eine Cyrex Star Trek Factory New Boah, das wär mächtig Das wär richtig mächtig Also die Asimov, Cyrex oder Knife Alles andere ist total uninteressant Zwei, zwei, eins, go Boah, ich hab die jetzt voll hektisch aufgemacht Echt jetzt? Vielleicht bringt... weil ich halt Ding noch weg war Okay, Negev Desert Strike Aber wenigstens ne Lila, ne Block Grinder Du brauchst aber noch ne Blaue für deinen Trade-Up Ja, hast recht Scheiße Nein, Quatsch Nein Nein Okay, okay, nächste 3, 2, 1 Katzenlack Oh Gott Fuck off Nein F****ing Safari Mesh Oh shit Ahhhhhhhhhhhhhhhh Ich ist den Butterfly Ohhhh Ohhhh Oh God Fuck off Fuck off Safari Mesh Alter, ich reiß... Alter, ich schwör... Ich reiß meinen Bildschirm runter, man ich raste gleich aus man ich raste gleich aus ohne scheiß mann wie kann man nur so scheiß pech im glück haben ja ohne scheiß mann er bestimmt wahrscheinlich doch ja gut okay ja es ist auf jeden fall ist auf jeden fall nice aber 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 du kennst meine situation mein zweites knife und halt wieder so ein drecks billiges teil tut mir aber egal scheiß drauf mann ohne witz scheiß drauf hammer richtig geil scheiß drauf mann richtig geil mann also ich habe fast meine hand getötet mann und dann kommt ein butterfly safari mesh raus ja mann ist ist geil auf jeden fall ich darf das jetzt nicht okay komm noch die letzte kiste jetzt machen wir die letzte auf und dann zeig ich das noch eben kurz bei mir 4 3 2 1 geile scheiße man ja und wenn ich jetzt ein messer gezogen hätte das ist ja klar klar ja es muss dadurch ich musste mich schon ganz muss nicht noch mehr ja wenn du willst du richtig heißt auch auf jeden fall ich freue mich auf jeden fall richtig darauf dass man jetzt hier auch so eine geile hyperbeast kriegen kann also die finde ich richtig geil betrieben ja ach und was man ins was ich jetzt in meinem video noch nicht gesagt hatte also die messe die man da rauskriegt sind trotzdem die der chroma kollektion quasi also hier doppler und so was alles die hätten so ein samurai schwert oder eine machete mit reinnehmen können übertreiben also